Derzeit flattert vielen Versichertenpost von ihrer Krankenkasse ins Haus. Dabei handelt es sich jedoch diesmal nicht um die obligatorische Werbung für eine Zahnzusatzversicherung. Vielmehr sind diese Briefe Teil einer Infokampagne zur elektronischen Patientenakte. Die sogenannte EPA wird nämlich ab Januar 2025 standardmäßig für jeden Kassenpatienten geführt. Gefragt wurden die Patienten nicht. Dafür werden sie jetzt schriftlich informiert. Wer seine Gesundheitsdaten nicht digital erfasst haben will, muss aktiv widersprechen. Wie das geht und was die Argumente für oder gegen einen Widerspruch sind, erfahrt ihr jetzt bei... Welche Ware? Dein IT-Konzentrat. Hallo und Willkommen. Mein Name ist Dietmar und heute gebe ich euch einen Überblick über die elektronische Patientenakte. Was ist was? Die weiche Ware. Definition. Eingeführt wurde die EPA bereits Anfang 2021. Sie durchlief zuerst ein Testverfahren bei ausgewählten Arztpraxen. Zukünftig sind Behandelnde dazu verpflichtet, die Gesundheitsdaten von Kassenpatienten digital zu erfassen. Es sei denn, es liegt ein Widerspruch gegen die Erfassung vor. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Widersprüchen. Ihr könnt der gesamten EPA widersprechen, das wird als Opt-out-Verfahren bezeichnet, oder individuell der Erfassung einzelner Daten. Letzteres müsst ihr dann zum Beispiel direkt im Zuge einer ärztlichen Untersuchung machen. Ihr könnt auch selbst Daten in die Akte einpflegen bzw. hochladen. Das funktioniert über eine App, die euch durch eure Krankenkasse zur Verfügung gestellt wird. Nicht möglich ist es allerdings, dass ihr euch aussuchen könnt, wer welche Daten sieht. Theoretisch kann also euer Zahnarzt die Ergebnisse eurer gynäkologischen Untersuchung einsehen. Eure Patientendaten werden online auf deutschen Servern gespeichert. Die Daten sind verschlüsselt und unterliegen der DSGVO. Sie werden außerdem anonymisiert der medizinischen Forschung zur Verfügung gestellt. Welche Informationen werden in die Akte aufgenommen? Gespeichert werden sämtliche Gesundheitsdaten von gesetzlich Versicherten, Erwachsenen und Kindern. Dazu gehören unter anderem Diagnosen und Befunde, Röntgenaufnahmen, Rezepte, Laborberichte, der Impfstatus, Arzt- und Krankenhausentlassbriefe oder Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Vorteile Die digitale Patientenakte erlaubt Ärzten eine bessere und schnellere Diagnostik. Alle Gesundheitsdaten des Patienten stehen an einem Ort zur Verfügung. Die Krankengeschichte eines Patienten lässt sich über Jahre hinweg zurückverfolgen, ohne dass der Patient lange interviewt werden muss oder verschiedene Akten bei unterschiedlichen Ärzten angefordert werden müssen. Vor allem in Zeiten überfüllter Arztpraxen entlastet das die Ärzte und Krankenhäuser. Auch die Forschung im Gesundheitswesen kann immens profitieren. Die anonymisierten Daten von Millionen an Patienten liefern eine gigantische Menge an Informationen. Damit kann keine reguläre Studie mithalten. Nicht zuletzt hat auch der Patient selbst durch die EPA einen besseren Überblick über seine Krankengeschichte. Nachteile Wo dicht ist, ist auch Schatten. Und den Vorteilen der EPA stehen auch einige Nachteile gegenüber. Das betrifft in erster Linie Sicherheitsbedenken. Nicht nur die Betreiber der Server, auf denen die Daten der EPA gespeichert sind, müssen für Sicherheit sorgen. Auch die Arztpraxen, Krankenhäuser und Patienten sind in der Pflicht, ihre Software und Hardware vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Das steigert das Risiko für Sicherheitslücken. Verschiedene Organisationen wie die Verbraucherzentrale oder der Chaos Computer Club bemängeln die Sicherheit der digitalen Informationen. Sie fordern, dass ein größerer Fokus auf Kryptografie und Anonymisierung gelegt wird. Auch die mangelnde Transparenz steht im Fokus der Kritik. Welche digitale Information steht in meiner EPA und welche nicht? Welche Daten sollte ich preisgeben? Versicherte müssen bei jedem Befund und jedem Dokument prüfen, ob dieses in die elektronische Patientenakte aufgenommen werden soll oder nicht. Das ist aufwendig und die Patienten laufen Gefahr, den Überblick zu verlieren. Obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, gibt es immer noch Diskriminierungen von Patienten. Beispielsweise aufgrund von Infektionen wie sexuell übertragbaren Erkrankungen oder bei Schwangerschaftsabbrüchen. Die digitale Patientenakte macht es den Patienten schwerer, den Umgang mit sensiblen Daten zu kontrollieren. Sie müssen genau abwägen und prüfen. So kann zum Beispiel nicht nur ein Befund die Ansteckung mit einer bestimmten Krankheit verraten, sondern auch einzelne Medikamentenverschreibungen. Schlusspunkt Das weiche wahre Fazit Ob er der elektronischen Patientenakte widerspricht, muss jeder Patient für sich selbst entscheiden. Verbraucherschützer raten zurzeit jedoch eher zum Widerspruch. Ein Widerspruch ist rechtsbindend und kann jederzeit widerrufen werden. Experten raten dazu, erst zu widersprechen, wenn die Krankenkasse über die Einrichtung der EPA informiert hat. Danach haben Patienten sechs Wochen Zeit, um der Erstellung der eigenen EPA zu widersprechen. Auch ein späterer Einspruch ist möglich. Sämtliche erfassten Gesundheitsdaten werden dann gelöscht. Juristen empfehlen, entweder über Apps oder Portale der Krankenkassen zu widersprechen oder den postalischen Weg zu wählen. Sie sagen nämlich, Widersprüche via E-Mail seien nicht rechtssicher. Apropos Rechtssicherheit Wir Fountain Media sind keine Juristen. Deswegen können wir für die Richtigkeit der Informationen in diesem Beitrag keine Gewähr übernehmen. Verifizierbare Informationen erhaltet ihr bei eurer Krankenkasse oder auch im Internet, zum Beispiel auf der Seite der KBV, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen zur EPA beantworten. Hört gern mal wieder rein oder abonniert uns. Weiche Ware, der IT-Business-Podcast. Überall, wo es gute Podcasts gibt. Weiche Ware Dein IT-Konzentrat Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dein IT-Konzentrat